Einer Hände, Roros, Hände mit der Nummer 41, 7-jährig, Agenaix ist in Hörmann, Clinton. Im Besitz der Herrion Wibusch, Sportfäder GmbH, für den Eichhörigen Friedenweg am Start. Herr Wibusch. Okay, das ist Schluss, ne? Nee, alles gut. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020